so hallo wir machen weiter bei i2 mts second mario thing das letzte mal haben wir uns mit der welt der kunst beschäftigt und jetzt gucken uns coin town usa an so da ist die will ich haben ich sag's am besten einfach in jedem video einmal kurz wenn ich daran denke es gibt in jedem welchen fische coins wie immer und wenn man sie einmal eingesammelt hat tauchen sie auch nicht wieder auf das heißt man sollte sich auf jeden fall auch mal alle eingesammelt haben man muss nicht alle ok 30 münzen innerhalb des zeitlimits ach so das normale zeitlimit ja gut das kann ich da ist die joshicoin kommt du mal mit das reicht nicht wie komme ich da an die joshicoin ran ist hier ein block es ist dann doch immer das offensichtlichste ok ok das problem ist ich kann jetzt natürlich nicht zählen wie viel münzen ich schon habe aus offensichtlichen gründen gehen wir erst noch mal hier raus wobei da muss ich sowieso doch da komme ich wahrscheinlich irgendwann wieder raus das muss er das laufe ich doppelt naja gut ist egal wir haben genug zeit wir haben mehr als genug zeit so erstmal hier runter joshicoin holen darum ist auch ne joshicoin da kriegt man wohl ein springboard für da ist die chest das habe ich mir schon gedacht so das habe ich mir schon gedacht so das ist ein yan cat ich erkenne dich doch von ihr yan cat found nothing ja sehr schön nyan 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 jet also wieder ich höre schon auf so ich hätte immer noch gerne das bring borde da komme ich da wie anders rein na gut wollen wir uns mal kurz die münze hier die münze hier die münze hier wenn sie hier danke und hier fehlt mir auch noch eine keine ahnung war nicht 30 habe ich habe absolut keine ahnung wenn ich 30 zusammen habe aber egal aber wie zum geier komme ich jetzt da hoch naja vielleicht später anspringen wort ansonsten gewalt noch mal ins level reinfällt habe ich doch mal die gegner haben kaputt gemacht die ich brauche gebraucht hätte wobei schildschirm könnte auch weiß jetzt gar nicht habe jetzt nicht drauf geguckt wie hoch das ist können wir uns ja alles gleich noch mal angucken erstmal chillen nur viel oder kommt das feuer in die richtung das ungünstig also die herzen ganz viel liebe moment ich war da oben war noch auch blöcke ich muss da noch mal hin glaube ich da ist bestimmt eine joshicoin oder so oder zumindest eine normale münze und die habe ich auch liegen lassen das natürlich nicht so glück so ploink ploink da ist mein springboard alles klar ploink 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 plo Danke. Das nehmen wir mal mit. Kann sicherlich nie schaden. So, ihr klickt wieder auf den Kopf. Oder ich. Oder auch nicht. Ach, oh, wir haben auch alle Yoshi-Coin, sehe ich gerade. Das war die fünfte. Stimmt, natürlich war es die fünfte. Natürlich war es die fünfte. Welche auch sonst? Da wird wieder geschossen. Nee, nicht, weil ich den getötet habe. Okay. Jetzt fehlen dann also nicht mehr viele Münzen. Okay. Stürp. Nu! Okay. 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 Nu! Oh Gott, das war knapp. Okay, dann kann ich erstmal hier hoch. So. Ah, jetzt muss ich wieder hier durch. Nee, Kratsch, muss ich gar nicht. Ups. Kann ja auch doch. Moment. Dumme Viecher sterben. So. Dann einmal, äh, äh, einmal hier drüber. So. Ach, ich muss da unten auch noch einmal rein. Okay. Ach, ich muss, ich muss sowieso den Weg da wieder zurück. Also, wirklich ökonomisch gehe ich den Weg gerade nicht. Ich gehe viel zu viel doppelt. Und dreifach. Und fünffach. Au. Sag mal. Jetzt habe ich so einen Einfangesprung nicht. So. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr. Blöde Lücke da. Nein. Mach dich weg da oben. Danke. Unglaublich. So. Und jetzt haben wir 30 Münzen hoffentlich zusammen. Haben wir echt keine 30 Münzen zusammen? Wo fehlt denn jetzt eine? Scheiße. Scheiße. Wo fehlt die letzte Münze? Hier unten? Nein. Fuuu. Habe ich halt echt eine Münze ausgelassen, ja? Irgendwo. Schauen wir mal, ob wir sie sehen. Bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Ob ich irgendwo eine einzelne Münze sehe. Eine einsame, arme Münze. Irgendwie ja nicht. Puh. Äh. 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 Münze? Ach. Wo laufe ich denn hin? Äh. Wo ist die letzte Münze? Also die hoffentlich letzte. Ist hier, ich will nicht hier rein. Nein, da und die blöden, da oben, blödem Jackviecher. Äh. Das ist ja unglaublich. Ihr Mistkröten. Das ist ja wohl unglaublich. Verstecken die eine Münze? Das ist ja wohl... Das ist ja... Also da fehlen mir die Worte. Haben die da unten dann eigentlich auch eine Münze verborgen? Nein. Nein. Ziemlich sicher nicht. Ja. Nein, die haben keine. Oder sie hatten eine und ich hab's eingesammelt. So, jetzt haben wir aber 30 zusammen. Sonst fresse ich ein Wesen. Ja, 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 ja. Prima. Mensch. Unglaublich. Gut. Dann. Swamp Garden. Moment, haben wir die... Ach ja, da war ja nothing drin. Swamp Garden. Das sind Bäume. Swamps als Bäume. Na gut. Das erklärt zumindest den Garten. Uh. Stimmt im... Oh. 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 Yoshi Coin. Yoshi Coin. Nope. Nope. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ups. Oh, kleines Mini Swamps. Das sind Gewichte. Das sind also die Swamps. Oh. Und ich kann sie töten. Habe ich auch nichts dagegen. So. Da ist nichts. Hier kann ich bestimmt rein. Nein, kann ich nicht. Aua. Da kann ich rein. Dann komme ich hier wieder raus. Wir brauchen einen Peace Weeds. Einen Peace Weeds. Der ist bestimmt da oben. Nein. Aber ne Yoshi Coin war da oben. Die wollen wir haben. Nummer 3. Hier ist auch kein Peace Weeds. Wo ist der Peace Weeds? Vielleicht hier? Nein. Vielleicht hier? Nein. Hier? Auch nicht. Muss ich. Muss ich das alles wieder zurücklaufen, wenn ich den Peace Weeds gefunden habe? Au. Die Röhre ist verdächtig. Ja. Komm, gib mir den Peace Weeds irgendwo. Ach, wirklich? Danke. Danke. Gate doch. Äh. Hä? Was? Okay. Dann gehen wir jetzt erst mal mit dem Peace Weeds zurück. Ach. Da oben ist... ...Yoshi Coin Nummer 4. Und wie gesagt, jetzt gehen wir erst mal zurück. Whoah. Oh. Das Zurück-Genie ist ja gemein. Na, es geht. Nöööööööö. Das ist mal fast ein bisschen dumm. So, jetzt kann ich einen Hit mitnehmen. Jetzt müssen wir gleich... Ja, jetzt sind wir wieder da. Sehr schön. Kann ich ja schon mal drücken. Ich hätte ihn jetzt theoretisch auch hier mit durchnehmen können, aber ich denke nicht, dass das nötig ist. Und jetzt kriegen wir das Springboard für die Chest. Ich verstehe. Und jetzt dürfen wir den ganzen Weg mit Springboard zurücklaufen. Really? Really? Wegverlängerungsspirale in Mario. Herzlichen Glückwunsch. Na, ich weiß ja nicht. Das ist ja jetzt ein bisschen lächerlich. Na, das ist ja jetzt wirklich ein bisschen lächerlich. Na gut. Von mir aus... Dann machen wir halt den Weg nochmal. Fallt alle runter, danke. Das war hier, stimmt. Das war ja alles schon hier. Ach, die Blöcke waren... Die Blöcke waren... Ja, ja, okay. Ich bin Doom. Stonehead. Was ein alter, kleiner, kleiner Swimpf war. So. Ein Yoshi-Coin fehlt noch, übrigens sehe ich gerade. Aber die haben wir auch gleich. Beziehungsweise, das sind ja keine Yoshi-Coins, das sind ja... Ich nenne die mal Yoshi-Coins, das sind ja Parrot-Coins oder so. Sind ja von diesem lustigen Vogel-Heini-Typen. Jetzt wo ich den Hexen spiele, muss ich sagen, es ist echt verdammt schade, dass der abgebrochen werden muss, wegen technischer Probleme. Äh. Palette? Okay. Es ist besser, wir beenden das Level hier nicht. Wann habe ich das gemacht? Puh. Gerade rede ich noch von technischen Problemen. Jetzt haben wir die Overworld verpackt. Scheiße. Äh. Ja gut, dann ist die Overworld jetzt halt nicht mehr so schön wie vorher. LBS. Die Bausparkasse. Da war das eine Bank, die LBS. Ne, Bausparkasse, oder? Ich glaube, ja. Egal. So. Vielleicht ist ja nach dem Level auch die Overworld wieder normal. Das wäre schön. Oh, ein Springwort. Oh, wie ist das anstrengend für die Augengrad, dieses hellweiß. Hellweiß, dieses dunkel-hell-wechsel. Gedönse. Huch. Oh, danke. Was? Zum? Ich bin gerade still. Ich weiß nicht, warum. Jetzt rede ich wieder. So. Oh, ja. Ich habe es kapiert. Ihr seid blöde Mist. Alter. Alter. Jetzt ist es aber gut. Was? Okay. Also, da oben will ich erst mal hin. Ach, da hätte ich... Dafür bräuchte ich eine Shell, um mir die Ranke auszulösen. Kriege ich die denn jetzt nochmal von irgendwo? Ja. Na, ach, jetzt... fängt hier das Scrolling an. Also, zurück, wo ich eine Shell hatte. Danke. Mehr wollten wir doch gar nicht. Ich habe es kapiert. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr braucht euch nicht verstecken. Ui. Der Brominder. Bros. fight for capitalism. The album sees. Bro only territory. Science is a bros only goddess. Ja, das sind auch wieder irgendwelche... ...Dinger, die ich nicht ver... Oh, 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 oh. Nein. Nein, 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 nein. Gib mir die Shell. Danke. Wow, Alter. Ich will da unten rein. Vermutlich. Ja, da ist die Chest. Wir haben mal wieder nichts gefunden. Das ist natürlich schön, wenn wir nichts finden. Dead. So. Äh, stopp. Ich hab noch nur eine Yoshi-Coin. Ach so, das war ein Secret Exit. Ah, ich muss jetzt, stimmt, die Farms sind jetzt ja anders. Jetzt ist ja dieses, dieses, da ist jetzt ja das Secret. Oh Gott. Moment. Nee, ich dachte, es hat sich schon wieder gerne die Palette. Ich muss die Overworld auf jeden Fall wieder irgendwie reparieren. So, dann müssen wir jetzt noch die restlichen, die restlichen, die restlichen Yoshi-Coins finden. Oh, ich mag dieses Schwarz-Weiß. Es sieht zwar schön aus, aber irgendwie tut's in den Augen weh. Ich mag das gerade überhaupt nicht. Kann auch daran liegen, dass ich einfach aufhören sollte aufzunehmen, weil es schon wieder echt warm wird. Und das, glaube ich, dann auch nicht so gut tut. Das, glaube ich, dann auch nicht so gut. Da ist nicht... Oh. Danke. Nein. Ah, die symbolisieren, wo die herkommen. Das ist ja auch cool gemacht. Muss man mal zugeben. So, jetzt gehe ich mal kurz zurück, um zu gucken, ob hier noch eine Yoshi-Coin war. Aber... Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Da hoch können wir auf jeden Fall. Ja. Nummer drei. Oh, Jesus. Nicht so und solch. Da weiß ich jetzt vor allem nicht... Ah, okay. Wie lang geht denn das? Zu lange. Wirklich. Nee, ich muss mit den Dingern noch weiterfahren. Okay. Dann fahren wir mit den Dingern halt weiter. Da ist kein Yoshi-Coin. Unten vielleicht? Nö. Da war ich ja eh schon. Uh, hier sollte ich nicht stehen bleiben. Oh Gott. Kriege ich gleich das Ding aufs Gesicht. Da ist ein Yoshi-Coin. Ja, du bringst mich da hin. Nummer vier. Da war irgendwas, was mich getötet hat. Muss ich jetzt hier warten oder kann ich da rüber? Das sollte doch auch drin sein. Ja. Nummer fünf. Und Ziel. Prima. Prima ist halt nicht, dass hier die Overworld offensichtlich kaputt ist. Ich gucke jetzt mal, was passiert. Ich habe ja hier meinen Safe-Said. Ich gucke jetzt mal, was passiert, wenn ich resette. Beziehungsweise wird es überhaupt gespeichert nach jedem Level. Gut. Ach, es wurde... Es wurde gespeichert. Aber mit der Overworld... Scheiße. Die kriege ich also nicht mehr nochmal, ja. Na gut. Dann... sehen wir leider keine richtige Overworld mehr. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber das muss erst mal so bleiben. Und für die Level ist es ja egal. Also danke fürs Zugucken und tschüss.